Wir brauchen endlich eine politische Kraft, die sich konsequent gegen Asylmissbrauch zur Wehr setzt. Darum am 14. September NPD. Brandenburgs Schüler brauchen vernünftige Bildungschancen. Es dürfen keine weiteren Schulen geschlossen werden. Darum wählen Sie am 14. September NPD. Ältere Bürger müssen von ihrer Rente leben können. Altersarmut muss verhindert werden. Darum wählen Sie am 14. September NPD. Wir müssen Kriminalität endlich wirksam bekämpfen. An der Sicherheit unserer Bürger darf nicht länger gespart werden. Darum wählen Sie am 14. September NPD. Genug gemeckert. Jetzt müssen Taten folgen. Machen wir gemeinsam am 14. September den Anfang. Und denken Sie daran, auf die Zweitstimme kommt es an.